Hallo liebe Pokefreunde, ich hatte heute einen echt anstrengenden Tag. Ich habe gerade elf Überstunden gemacht, durfte mehrere Löcher buddeln und dann schlammschlapp. Deswegen dachte ich mir, heute mal ein kleines Feierabendbooster oben nehmen. Dafür habe ich mir die Maupeku mal wieder besorgt. Für knapp 14 Euro, durch die 20% bei Bielemax. Die Promo, kennen wir schon alle. Den Pin, kennen wir auch schon alle. Hier haben wir drei Boosters. Drei Boosters, erst mal mehr was für euch. Und ich glaube, gehen wir gleich noch einmal. Ich halte die hier mit Absicht immer zu, denn ich habe gehört, da gibt es irgendwelche Bots, die einfach irgendwo mitlaufen und dann einfach alles abgrasen. Nein, ihr sollt die kriegen, wenn überhaupt. So, alle die mich kennen, wissen, ich bin ein Schwert- und Schildsammler aus der Schwert- und Schildreihe. Das heißt, Sun and Moon wird weggelegt, kommt später dran, wenn ich irgendwann genug habe. Wird mit auf die Liste geschrieben. So, Clash der Rebellen, Reflex und Dothrom. Gucken wir mal. Vielleicht noch so ein kleines Feierabend-Booster-Lack-Packler. Das wäre schon echt eine französische Stadt. Das ist nett. Aber hier. Arme für euch. Oh, mir tun sie Arme weh. Ich musste echt viel schippen und im Schlamm wälzen. Früher habe ich Ärger gekriegt, wenn ich da ich schnauzegekommen bin. Heute kriege ich richtig Kohle dafür. Wir fangen an. Lila. Ich habe nicht so viele Ahnungen davon. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht kann mir ja jemand sagen, was das ist. Wäre schön, wenn mir das jemand sagen könnte. Ein Pelzebub. Ein Hyperheiler. Wieder die super Creme dann. Ein Trainingsplatz. Wo geht das so besser? Ja. Dann nehmen wir ein Nestnack. Ein Wingull. Smogong. Bronze. Toxel. Lombrero. Lombrero. In Reverse. Und. Liberlo V. Wie. Naja. Ist schon mal. Ist schon mal was. Meine Höhlen habe ich jetzt drüben. Die mache ich gleich danach. Es sind nur zwei Booster. Also brauche ich maximal vier Karten zu lieben. Das machen wir gleich. Halt. 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 Hier ein. Nochmal ein Kültchen. Und weil ihr alle so lieb zugeschaut habt und mitmacht. Gibt es noch einen zweiten. Oh. Collection Mortipod. Was? Mortipod. Wie. Nicht schlecht. Ach. Hier gibt es auch noch gleich einen. Ne? Man unterträgt ihn da hier nur kurz. Ich glaube, das ist Unlicht. Oder auch dunkle Energie. Ich weiß noch. Elisad. Duokles. Was? Skaraborn. Bronzel. Toxen. Knappfe. Galaflampi. Was? Flampion. Skoppel. Mebrana und oh, gut rum Vimex französische Stadt ich muss sagen ein bisschen Glück ist wieder zurückgekommen versüßt mir ein bisschen den Feierabend nach dem langen anstrengenden Tag hat aber auch echt Spaß gemacht, noch ein bisschen schwitzen da in dem Baugraben ein bisschen aus sich herausgehen, war schon ganz gut ich bedanke mich fürs Zuschauen danke, dass ihr an meinem Feierabend teilgenommen habt ihr seht, ich bin völlig über den Berg hatte elf Überstunden heute am Samstag Dankeschön fürs Zuschauen, bis nächstes Mal